Der Erste Syrische Krieg war eine Auseinandersetzung zwischen dem pitholemäischen Ägypten unter Pitholemius II. und Asinö II., einerseits und dem Reich der Seelökiden unter Antiochos I., andererseits. Er begann im Jahr 274 v. chr. und endete im Jahr 271 v. chr. Dem Krieg vorangegangen war die Zangenbewegung der Seelökiden von Osten und Antiochos Schwiegersohn und Pitholemius, Halbbruder Magas von Kyren von Westen, die diese aber aufgrund einer Rebellion in seinem Rücken abbrechen musste, so wie auch Pitholemius den Vergeltungsschlag aus dem gleichen Grund nicht führte. 274 v. chr. Ging Pitholemius in die Offensive, er ließ seine Truppen in den Seelökidischen Teil Syriens einmarschieren, wo diese aber kampflos vor dem Gegner zurückwichen, der nun andererseits Maßnahmen traf, um seinerseits in Ägypten einzufallen. Pitholemius und Asinö sahen sich veranlasst, selbst ins Grenzgebiet zu reisen, um ihre militärischen Kräfte zu organisieren. Antiochos' Gegenoffensive kam jedoch nicht aus den Startlöchern heraus. Seine Aufrüstung führte in Babylonien zu einer Wirtschaftskrise, eine solche gab den Anstrengungen den Rest. 271 v. chr. gab Antiochos seine Pläne auf und die Ägypter konnten sich unerwartet als Sieger fühlen. Der folgende Friedensschluss festigte nur die bestehenden Verhältnisse, bemerkenswerte territoriale Veränderungen gab es wohl nicht. Das offenbar am stärksten umkämpfte Damaskus blieb ägyptisch.